Susi kennt Dickian mit Rumba zu Do You Really Want To Hurt Me? Und ich muss sagen, das sah schon mal sehr gut aus. Zum einen hat es so ein bisschen an Tausend und Eine Nacht oder ich sag mal vielleicht so ein bisschen so Sinnbad der Seefahrer oder Aladin so in der Richtung. Aber es hat auch was Wasseriges, muss ich sagen. Dieses alles so schön in Blau gehalten. Also so ein bisschen was Meerjungfrauen mäßig. Echt optisch wirklich sehr gut. Und es war sehr weich getanzt, würde ich das ja bezeichnen. Wobei, ich muss sagen, so ein Tanzkomplex war jetzt nicht so großartig, aber es sah alles vernünftig aus. Was mich aber jetzt gestört hat, der Schwung war noch nicht so richtig überall da. Es war, ja, plump ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht kurz davor. Also es war kein eleganter Schwung da sozusagen, aber es war trotzdem doch sehr erotisch und sinnlich gehalten. Konnte wirklich sehr gut überzeugen. Aber mit einem gescheiteren Schwung wäre es wirklich, wäre es in sich richtig stimmig gewesen, würde ich sagen. Vielen Dank.